Wir warten auf Polkkarla, die 414 mit Clarissa Lührer. Und sie ist bei uns, die 414 Polkkarla und Clarissa Lührer. Wir warten auf Polkkarla und Clarissa Lührer. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Musik Wir sind ein bisschen nach links und nach links und nach links und nach links und nach links. Wir sind ein bisschen nach links und nach links und nach links und nach links und nach links. Klarissa Lührer und Polkala, Strafpunkt frei, 60.17 die Zeit. Die 420 eingeritten, Piro... Klarissa Lührer nun mit 414, Polkala. Klarissa Lührer und Polkala. Die 420 verabschieden. Das war's für heute. Clarissa Lührer, 50,87, das ganze Strafpunkt frei und das bedeutet im Moment Rang 3 hier in der laufenden Prüfung Nr. 16, Springprüfung der Klasse L. Zur Zeit damit Platz 3 in der laufenden Wertung. Hier ist Clarissa Lührer mit der 414 der 12-Jährigen in den Niederland bezogenen Stute Boy Carla. Hier ist Clarissa Lührer. Untertitelung des ZDF, 2020 Zwei Abwürfe, damit sind es 8 Punkte. Die Zeit 66,98 Sekunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020